Viele Kameras, vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir machen eine DVD-Aufzeichnung heute. Und das heißt, nicht nur wir werden gefilmt, sondern auch ihr wird gefilmt. Wenn also jemand damit ein Problem hat, dann muss die Person dann nach Hause gehen. Ich weiß es nicht, man muss es ja manchmal sagen. Und genau, ein paar Sachen wollte ich kurz erwähnen. Hier sind überall Kameras, auch da, wo ihr es nicht seht. Hier fliegt was über eure Köpfen, ist aber alles safe. Und das heißt, wir haben versteckt, haben wir für jeden von euch eine Kamera, die jeden von euch zwei Stunden lang filmt. Super, oder? Das heißt, wenn ihr gerade es langweilig findet, dann müsst ihr es trotzdem so tun, als könntet ihr es toll filmen. Und ja, gerne mitmachen, gerne mitklatschen, gerne auch stehen bei den Up-Tempo-Songs, ballagen, gerne auch sitzen. Auch wunderbar, sieht auch toll aus. Ich glaube, die Mischung macht am Ende aus. Und es sind ja auch einige Kinder dabei, was wir ganz toll finden. Vielleicht, dass die Eltern aufpassen. Kameraleute werden hier hin und her laufen. Und teilweise wird es nur ein Riesen-Gestell. Und dann wollen wir nicht, dass dabei ein Kind getroffen wird.